Ich bin Evo Lila. Ich bin Mitgründerin und CEO von Fercado. Unser Ziel ist es, Re-Commerce zum neuen E-Commerce zu machen. Und wir machen das mit einer Brauger-Erweiterung, die dir automatisch die beste Secondhand-Alternative zeigt, für was du online suchst und brauchst. Und auch dadurch Zeit, Geld und CO2 zu sparen. Dieses Award ist eine Bestätigung, dass unsere harte Arbeit nicht gelohnt hat.